Herzlich willkommen zurück! Wir wollen uns heute unserer ToDo-App widmen, die wir beim letzten Mal so weit entwickelt haben, dass wir nun Tasks hinzufügen können. Ihr erinnert euch, wir haben die Tasks über die AddTask-Funktion zunächst einmal hart codiert im Code hinzugefügt. Das Ergebnis sah so aus, dass wir beim Starten, also jedes Mal, wenn wir diese Webseite refreshen, sozusagen diese drei Tasks, die wir hart im Code angelegt haben, auf unserer ToDo-App sehen. Wir können weiterhin auch über AddTask etwas hinzufügen, zum Beispiel LearnJavaScript, neuer Task, wird dann hinzugefügt, ebenfalls über die AddTask-Methode. Der Nachteil an dieser Vorgehensweise ist, dass diese Tasks hier natürlich hart im Code stehen und jeder, der diese App benutzt, jetzt immer die gleichen Tasks sehen würde. Und wir hatten ja schon gesagt, langfristig wollen wir das Ganze mal aus einer Datenbank lesen. Und heute ist der Punkt, an dem wir diese Tasks in der Datenbank anlegen wollen. Und zwar nutzen wir dafür Firebase und genauer gesagt die Firestore-Datenbank. Und wir werden gleich die Tasks beispielhaft als Testdaten in der Datenbank anlegen und anschließend unser Projekt so anpassen, dass diese Tasks dann aus der Datenbank gelesen werden. Das langfristige Ziel ist es natürlich, dass die Tasks dann auch über die AddTask oder beziehungsweise über die Oberfläche in die Datenbank geschrieben werden können. Heute wollen wir erstmal starten, indem wir die manuell über das Backend von Firebase anlegen. Und das machen wir jetzt gemeinsam. Ich klicke mal in mein Projekt. Das sieht dann so aus. Und wenn ihr hier auf den Punkt Database klickt und dort den Cloud Firestore auswählt, den wir hier verwenden, wir nutzen nicht die Echtzeit-Datenbank, sondern den Cloud Firestore, klickt ihr hier drauf, dann seht ihr bei euch möglicherweise noch keine Einträge oder was ihr vorher schon angelegt habt. Wir wollen jetzt eine neue Sammlung anlegen und zwar nennen wir diese Sammlung To-Dos. Und innerhalb dieser Sammlung werden nachher Dokumente gespeichert, was letztlich eine Aufgabe oder ein To-Do darstellen soll. Über das Backend können wir relativ einfach neue Sammlungen hinzufügen, über den Button Sammlungen hinzufügen. Da klicke ich jetzt mal drauf und nenne diese Sammlung To-Dos. Klicke auf Weiter und er fragt mich, das erste Dokument muss ich anlegen, damit diese Sammlung überhaupt existiert. Das Konzept in Firestore ist so, dass eine leere Sammlung oder Collection, wenn sie leer ist, nicht existiert. Also eine Collection existiert nur, wenn tatsächlich auch mindestens ein Dokument vorhanden ist. Und deshalb muss ich diesen ersten To-Do hier bereits anlegen und ihr seht, ich kann hier weitere Felder hinzufügen. Ich kann hier definieren, welche Felder so ein To-Do haben soll. Lasst es uns einfach halten und einfach sagen, ein To-Do hat einen Title. Und dieser Titel ist vom Typ String. Ich könnte hier auch andere Typen auswählen, je nachdem, was für einen Datentyp ich eben habe. Aber String ist eine Zeichenkette und so ein Titel eines Tasks ist eben eine Zeichenkette, die der Benutzer normalerweise in ein Feld eingibt. Ja, ich vergebe jetzt einfach mal einen Task. Ich nenne ihn mal ByCloth und klicke auf Speichern. Was jetzt passiert ist, ich habe diese neue Collection, die neue Sammlung und darunter ein Dokument mit einer kryptischen ID. Die wird dann von Firebase automatisch vergeben, wenn ich ein neues Element anlege. Und wenn ich auf diese klicke, dann sehe ich hier praktisch das Dokument mit all seinen Feldern. Könnte auch hier weitere Felder hinzufügen und hier ist eben nur der Titel ByCloth. Ich möchte noch ein weiteres hinzufügen, damit wir das mal sehen. Ich würde jetzt ein weiteres mit dem gleichen Feld Titel hinzufügen. Und dann würde ich einfach sagen, Clean House als weiteren Titel. Und wir bekommen, wie ihr seht, hier ein weiteres Dokument, Titel Clean House. Und hier ist unser voriges ByCloth. Das soll erst mal reichen. Wir haben also zwei To-Dos in der Datenbank und die wollen wir jetzt in unserer To-Do-App auslesen. Dazu springe ich zurück in unser Projekt. Und ihr seht, ich befinde mich hier in dem Example-Teil ReadData.js. Das wird anschließend nach diesem Video schon mit dem Beispiel gefüllt sein, was wir jetzt gemeinsam machen. Wir erweitern also das, was wir auch schon in der To-Do-App im vorigen Schritt gemacht haben, darum, dass wir das jetzt aus der Datenbank lesen. Also letztlich soll das hier nachher weg und stattdessen sollen die Sachen, die eben in der Datenbank stehen, gelesen werden und als Task hinzugefügt werden. Ja, das Lesen aus der Datenbank, das kann man entweder über die native Firebase-API machen. Das ist sehr gut dokumentiert auf der Firebase-Seite. Da gibt es auch tolle Videos, die ihr euch anschauen könnt. Um allerdings für uns das noch einfacher zu machen, gibt es ja die Firebase-Tools, die wir auch schon kennengelernt haben. Und die Firebase-Tools bieten eine Funktion, die nennt sich Get-Content-Items. Und wenn wir hier das mal einfach nutzen, Get-Content-Items, dann seht ihr, die Funktion wird zwei Parameter benötigen. Das eine ist, ich möchte jetzt Inhalte aus der Datenbank und ihr habt gesehen, Firestore orientiert sich an diesem Collection-Konzept. Und wir müssen hier einfach mitgeben, aus welcher Collection sollen die stammen. Und die Collection, die wir gerade angelegt haben, To-Dos beinhaltet die To-Dos. Und was wir dann noch sagen müssen ist, was soll denn passieren, wenn diese Items zurückgekommen sind. Also ihr müsst euch das so vorstellen, wenn wir jetzt eine Anfrage an die Datenbank stellen, an den Server in der Cloud, dann kann das möglicherweise eine kleine Latenz bedeuten, also ein paar Millisekunden oder Sekunden, bis diese Daten zurückkommen. Wir wissen ja nicht, wie busy der Server gerade ist oder wie lange es dauert, bis die Daten über das Internet an unseren Client zurückgespielt werden. Deshalb müssen wir ihm eine sogenannte Callback-Funktion mitgeben und diese Callback-Funktion wird aufgerufen, sobald die Daten vorliegen. Und dieser Callback-Funktion werden dann die Daten übergeben. Ich nenne sie einfach mal To-Dos-Ready. Wir müssen natürlich dann auch diese Funktion definieren, sonst bekommen wir einen Fehler in der JavaScript-Konsole. Und was diese Funktion übergeben bekommt, sind dann eben die To-Dos als Array. Und Arrays haben wir schon kennengelernt. Das ist letztlich eine sortierte Liste, wo jeder Eintrag eine eindeutige Nummer hat von 0 bis n-1. Ihr seht, hier gibt es noch einen kleinen Hinweis. Firebase Tools ist not defined. Da müssen wir dem Editor einmal sagen, dass es die globale Variable Firebase Tools tatsächlich gibt. Die laden wir ja, ihr erinnert euch, und ich zeige euch das auch nochmal, im HTML ganz unten. An dieser Stelle laden wir die Firebase Tools. Und mit diesem Ladevorgang kommt diese Variable Firebase Tools, die wir in JavaScript nutzen können. Und wenn wir dem Editor nicht sagen, dass es die tatsächlich gibt, kann er nicht wissen, dass es sie tatsächlich gibt. Also dann ist auch der Fehler weg. Und wenn wir das jetzt ausführen und wir würden mal schauen, was steht denn eigentlich so in diesem To-Dos-Array drin, dann lasse ich mir das doch einfach mal ausgeben. Kleiner Hinweis noch, die Initialisierung von Firebase, die wir natürlich auch immer brauchen, die haben wir ausgelagert in das allgemeine JS-File von diesen Examples. Das wird auch eingebunden. Hier seht ihr praktisch die Config für das Web-Engineering-Projekt und Firebase Tools Initialize. Wichtig ist, dass ihr das vorher macht, bevor ihr jetzt aus der Datenbank lest. Deswegen ist auch die Reihenfolge, wie diese JavaScript-Dateien eingebunden werden, hier eindeutig vorgegeben. Also zuerst das, ich nenne es immer Common JavaScript-File, wo praktisch die Initialisierung passiert. Das ist dieses Script-JS. Und das bedeutet ein Ordner hoch und dann dort die Script-JS. Ihr seht, das liegt hier in einem Ordner Firebase. Das heißt, wir gehen ein Ordner hoch in den Router und laden diese Script-JS-Datei. Und anschließend laden wir dann das JS spezifisch für dieses Beispiel. Im Fall, ich bin hier im falschen Datei, ReadData sind wir natürlich, heißt die Datei dann ReadData.js. Gut, wichtig ist aber, dass wir vorher Firebase initialisiert haben. Und um das ein bisschen zu modularisieren, haben wir das in zwei Dateien jetzt. Gut, das sollte jetzt schon mal reichen. Wir wollen jetzt einmal in die App zurückspringen und schauen, was passiert. Ich öffne die Konsole, um zu sehen, ob diese Ausgabe, die wir hier gerade erzeugt haben, auch tatsächlich ausgegeben wird. Und ich refreshe das einmal. Und wir sollten jetzt sehen, dass nach einiger Zeit, ihr seht, da ist eine gewisse Latenz dahinter, dieses Array angezeigt wird. Und wenn ich das aufklicke, dann seht ihr, dahinter ist tatsächlich jeweils unser Task, den wir gerade angelegt haben. Clean House by Clothes. Ihr seht auch, dass hier so eine kryptische ID mitgegeben wird. Das ist die ID, die wir hier im Prinzip für jedes Dokument von Firebase vergeben bekommen haben. Damit können wir ein Dokument eindeutig identifizieren. Dieses Proto-Objekt, das könnt ihr mal ignorieren. Das ist JavaScript-spezifisch, interessiert uns nicht weiter. Uns interessiert tatsächlich nur der Titel und dass wir jetzt eine Liste von To-Dos haben, die alle eine Nummer haben. Also das ist der 0. Eintrag und das hier ist der 1. Eintrag. Und wir können jetzt über JavaScript dieses Ding auslesen. Und ihr erinnert euch, dass wir die Vorschleife kennengelernt haben. Und die erlaubt es uns, sehr einfach ein solches Array zu durchlaufen und jedes Element uns anzuschauen. Und irgendetwas damit zu machen. Die Vorschleife ist so aufgebaut, dass wir vor. Und dann müssen wir jetzt definieren, wie soll diese Schleife genau ablaufen. Und dazwischen ist praktisch das, was passieren soll. Und wir hatten gesagt, wir machen uns erstmal so eine Zählervariable. Die nennen wir i. Das ist einfach Standardkonvention. Den Namen hätten wir ja auch anders wählen können. i ist aber so ein Standard, den man immer wieder findet für Zählervariablen im Kontext von Vorschleifen. i fängt bei 0 an, denn ein Array fängt eben bei der 0. Position an. Und wir wollen so lange laufen, solange wie i kleiner ist als to-dos.length. Und to-dos.length gibt uns die Anzahl der Elemente in dem Array to-do. Also wir erwarten hier also eine 2. Und in jedem Durchlauf soll i um 1 erhöht werden. Das ist die Kurzschreibweise für Höhe i um 1 in jedem Durchlauf. Auf i++. Und was das jetzt bedeutet ist, er würde jetzt bei 0 starten, die Schleife durchlaufen. Danach würde er um 1 hochzählen. Dann wäre i1, ist immer noch kleiner als 2. To-dos.length wäre 2. Dann würde er nochmal durchlaufen. Und dann würde er auf 2 erhöhen. Und dann hätte er diese Bedingung nicht mehr erfüllt. Er würde also rausspringen. Das heißt, er läuft genau zweimal durch. Und wir können jetzt mal jedes dieser Elemente ausgeben. Und ihr erinnert euch, dass wir auf ein Array mit dieser eckigen Klammer Schreibweise darauf zugreifen können. Und i beinhaltet jetzt immer den aktuellen Index, den wir ausgeben wollen. Und in jedem Schleifendurchgang ist i eben ein anderer Wert. Wir können uns ja mal i, damit man das vielleicht ein bisschen besser sieht, nochmal mit ausgeben lassen. Also wir geben uns jetzt i aus, also den Wert des Zählers. Und den Wert an der jeweiligen Indexposition i aus diesem to-do Array. Okay. Schauen wir mal rein, wie das aussieht. Wenn ich hier 5 drücke, seht ihr jetzt, dass hier unten einiges mehr erscheint. Wir haben jetzt einmal den Array. Dann wird die 0 ausgegeben. Das ist die Ausgabe, wo wir uns den gesamten Array ausgeben. Das ist das gleiche wie hier oben. Und dann erster Schleifendurchgang. i ist 0. Objekt anstelle 0 wird ausgegeben. Zweiter Schleifendurchgang. i ist 1. Objekt anstelle 1 wird ausgegeben. Dann können wir uns das hier auch sparen, damit wir die Konsole etwas sauberer halten. Und was wollen wir jetzt eigentlich machen an jeder Stelle? Na, wir wollen genau das hier oben, addTask. Aber jetzt dynamisch mit den Titeln aus der Datenbank. Und das ist relativ simpel. Wir können jetzt hier einfach sagen, addTask. To-Dos von i, so spricht man das. Also den i-ten To-Do. Punkt Title. Und das ist jetzt eine Schreibweise, mit der wir auf eine Eigenschaft von einem Objekt zugreifen können. Und ihr habt hier gesehen, Objekt hat eine Eigenschaft Title. Und mit Punkt Title können wir jetzt auf diesen Wert zugreifen. Und ich würde das mal etwas schlanker halten, sodass wir jetzt nur noch den To-Do ausgeben, wie gerade auch. Und dann addTask sagen. Und jetzt sollten, wenn wir alles richtig gemacht haben, die Tasks aus der Datenbank auch in unserer Liste auftauchen. Leichte Verzögerung, aber sie erscheinen. Die Verzögerung kommt daher, dass wir erst die Datenbank abfragen müssen. Das kann etwas dauern und die Daten kommen leicht verzögert zurück. Aber ihr seht, zusammen mit den manuell hinzugefügten Tasks und denen aus der Datenbank haben wir jetzt die komplette Liste. Und an der Stelle können wir eigentlich diesen Teil auch rausschmeißen, weil das wollen wir eigentlich nachher in unserer App nicht mehr haben. Wir wollen alle Daten aus der Datenbank lesen. Und wenn wir das jetzt aktualisieren, bekommen wir tatsächlich auch nur unsere beiden Tasks. Wir können das jetzt mal überprüfen, indem wir einfach mal noch einen hinzufügen. Und ich nenne hier das wieder Title. Das ist wichtig, dass wir hier natürlich immer die gleichen Felder nutzen, denn wir nutzen ja explizit immer das Feld Title. Und wenn jetzt eines dieser Dokumente dieses Feld nicht hätte, dann bekommen wir einen Fehler. Wir könnten mal die Code-Quality prüfen. Einfach ein hypothetischer Task. Jetzt haben wir einen mehr. Ich drücke hier wieder auf F5 und schon ist auch der neue Task vorhanden. Ja, das ist schon alles, was wir tun müssen, um unsere To-Do-App so weit zu erweitern, dass jetzt die Tasks nicht mehr hart aus dem Code kommen, sondern aus der Datenbank. So weit, so gut. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Bis dahin.